Rosenmontag 2016. In einigen Hochburgen lässt der Sturm den Karnevalsumzug platzen. Aber in Schwerin zieht die Karnevalsgemeinschaft Winden fröhlich durch das windstille und beheizte Schlossparkcenter. Die See macht gluck gluck und wir schluck schluck. Das war auch bei der 33. Saison das Motto. Für die Karnevalsgesellschaften Winden und Blaugilz-Schwerin ist der Umzug durch die Bummelmeile schon Tradition und immer mit der Hoffnung verbunden, noch mehr Menschen für den Karneval zu begeistern und zu zeigen, worum es geht. Der Tanz. Und wenn man genau hinschaut, heute auch, da sind zwar bloß unsere Kleinen da, weil wir haben ja am Rosenmontag leider nicht alle frei, nur einige, so dass wir unsere anderen Damen nicht präsentieren können. Aber das ist mir das Wichtigste. Beim vierten Rosenmontag im Schlossparkcenter ließen sich jedenfalls einige Centerbesucher spontan vom Höhepunkt der närrischen Zeit begeistern.